Musik Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Meine heutigen Mitschreiter sind der Max und der Blecky. Hallöle. Hallo. Und wir haben uns gedacht, so zum späten Abend hin könnte man ja den Tag ganz gemütlich mit der einen oder anderen Runde Arzellerie zu Ende gehen lassen. Und ja, im Groben und Ganzen, sag ich mal so von Tier 5 bis Tier 7 hätte ich alles. Ich hätte sogar noch ein Tier 3. Ihr legt vor und ich steige mit ein, oder? Wachen wir. Ja, ja, ja. So, Lulupuff. Hm, ja. Was haben wir, Blecky? Ein Panda? Äh, ja. Ich habe nur Grille, Hummel und Panther. Okay. Ich habe nur M12. Äh, dann nehme ich nochmal. Nehme ich auch mal die M12? Ich nehme auch mal die M12. Ab dafür. Mach sie mal. Habe ich jetzt mal gemacht. Na, bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich werden wir nichts treffen und extrem darüber aufregen, dass wir nichts treffen, aber trotzdem im Spielverlauf nichts ändern. Nö, also ich bleib ganz ruhig. Hm? Der Blecky ist schon ganz ruhig. Was? Ja. Wir bekommen gar nichts mit. Ja, die Linke auch, ne? Oder rechts runter? Ne, ne. Ich stehe mich mal bei, äh, H1 irgendwo hin, oder so. Na, passt mal auf, ey. Ihr kriegt hier ja nichts ab. Ich krieg sowieso nichts ab. Weil die ja offenbar ist in Position steht. Natürlich. Ich. Ähm, hm. Geh nochmal da hin, so. Da. So, hier so. Mhm. Was haltet ihr von dem, äh, Black Prince hier, den hier hinten? Den halte ich für fast tot. Okay. Ich aime. Ich auch. Nein. Ich werde ihn. Ich werde es mal probieren. Äh, nicht. Ich auch. Ja. Oh, der ist guter. Aber jetzt. Sehr nice. Ich hab noch 5 Sekunden Reload, ne 7. Ach, was fährt der auch schon wieder weiter, der Bobby? Jetzt krieg ich natürlich nicht mehr. Aber er fährt eine gerade Linie, eigentlich. Äh, ich komm da aber leider nicht dran, der ist jetzt zu nah dran. Ich könnte mal vielleicht... In Chrome komm ich auch nicht dran. Doch, doch. Hm. Oh, Gott. 200 Schaden bei einem Direktritt am Oni. Geht doch, mach doch. Jetzt noch mal eine Dreckschicke. Ich nehm jetzt mal einen KV-1 raus, wenn ich den dann treffe. Natürlich nicht. Ich geh jetzt mal um auf dem T29 und Oni, ich glaube, das ist besser. Ich hab' den T29 angetan. Hm. Ich hab' den KV-1 noch. Nice. Sehr nice. Ich hab' noch nichts getroffen. Ihr räumt hier ordentlich ab und ich krieg' mal wieder nix auf die Kette. Vielleicht den Type-Banner, dummes und hochwert? Hm. Schade ist er nicht. Hinten auf DA9 steht noch die Zoo. Muss mal gucken, ob das Code-Ali das auch macht. Oh ne, steht hier vorne. Ach, der Uni steht hier aber schön. Also mal drauf. Das muss man schon sehen. Geil, 398 an. Pfff. Das war einfach die Scheiße. Ja. Komplett vorbei geh. Hm, den komm ich nicht ran und den... Ohi. Oh nie, oh nie, oh nie. Ich auch nicht. Ich könnte mir viel über den Jagdpanzer jetzt treffen. Ich probier' das einfach mal. Ich bin getroffen. Wenn er da nach vorne fährt, komme ich an ihn ran. Natürlich nicht getroffen, ist ja klar. Wo die sind? Der Uni muss weg. Ich komme da nicht ran. Ja. Die Vue könnte auch ein Problem werden, hier. In der Mitte. Ich hab jetzt erstmal ein Komplett. Von den Jagdpanzer kommen wir ja auch nicht drin. Hm. Da ist ne M12 auf. Die ist schon mal weg. Da ist der Gw-Pante. Nein. Das war nix. Das macht eigentlich nicht nach vorne vor mir. Ich weiß nicht, ob sie dafür auch noch bewegt. Ja. 18 Schaden an der SU. Nein. Wahnsinn. Ups. Hm. Oh nie, wäre vielleicht nochmal ein nettes Seel, ne? Ich bleibe aber trotzdem mal, oder wohl nicht. Gucken wir mal, ob ich da oben etwas für euch tun kann. Ihr müsstet Leonie jetzt gleich mal aufmachen, dann könnte ich da einen sofort drauf pfeffern. Wer weiß, wie weit der kommt. Ah, scheiße. Oh nein, hier packt mein Ping ab. Hallo? Sehr nice. Ja, hallo. Nehme ich noch? Ja. Ich hab dir danach gerettet, ich hab dir danach. Hä? Ja. Was ist das jetzt hier? Ich bin angeschaut. Ja. Ich bin nicht angeschaut, ja. Ich bin nicht angeschaut. Ich bin nicht angeschaut. Ich bin nicht angeschaut. lasst ihn mal ruhig kommen kann man einmal die m12 wegnehmen die m12 will ammo weg 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 scheiße ja ja warte ich mache die m12 hat nachgeladen ernsthaft ich habe durchgeschossen ich habe dadurch geschossen krass geil ich habe durch die arti geschossen blicky aimst du ne noch nicht warte ich komme nicht rein jetzt bin bereit ich denke mal der jagdpanzer wird da drin stehen dann wirst du wahrscheinlich keine chance haben das war der mal voll daneben ne 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 da schieße ich durch die art ist auch gut beziehungsweise ich glaube ich habe das stadt immer noch da er wird noch da hin probier es einfach wenn er noch passend zeit ist vom reload naja dabei war doch das so ein geiles match tja auftrag gefällt na ja geil ist was anderes ich habe ernsthaft 3400 plus gemacht mit premium schon 766 schaden nur bei acht schüssen den kann man nice nice ja was möchte dir als nächstes spielen ähm soviel ich weiß hat max gesagt er hätte nur sollten wollen wir nicht arti durchziehen jaja aber ja die weil ich habe nur die m12 ach so gut dann müssen wir hier die 7er durchmachen dann ohne wenn aber jetzt habe ich für die für die 7er franzen art habe ich schon gar nichts mehr oder nein die lorraine die lorraine lorraine nette ähm dann nehme ich mal das einhorn die f51 genau mit der ich sowieso nichts auf die kette kriege dann fällt das auch nicht so auf dass ich das nicht so kann ganz bescheidene crew nicht mal 100 prozent noch weit davon entfernt miserabler richtbereich fast eine minute reload zeit spricht alles dafür eine gute runde zu werden auf jeden Fall hmmm 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 start nee uuuu wer lord hmmm 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 ja ja ich fahr einfach mal ein stück zurück erst mal ne hmmm ja hmmm ich fahr einfach mal nach hinten das ist eine gute Idee Okay. Come on. Hier wie sind? Hmm. Ob ich jetzt hier die Kutsche hier weiß ich nicht, aber erst mal rein. So, erstmal mit Bäumen umgefahren hier. 51 Sekunden Reload. Hier und dann. Sehr gut, dass keiner bei der Windhühle ist. Hm. Keiner nur geil werden jetzt. Wow, 873er Schelle, was ist denn los immer? So, der Panther hat auf jeden Fall ein gutes Spiel. Erst die 800er von dir und noch mal eine 600er von mir dahinter. Und ich so, wer hat mir... Alter! Toll. Ja, der Super Pershi steht ziemlich weit vorne, glaube ich schon. Kann das sein? Ja, hab's gesehen, ja. Jetzt bleiben wir stehen, ja, das ist ganz gut. Nee, ist nicht gut. Gut, kettet. Uh, 750er Schelle, ne? Ammo, was da los? Ich glaub, da geht was. Was ich allerdings nicht so gut finde, ist, dass der Leopart hier gleich irgendwo aufkreuzen wird. Der Pershing steht ja im Heck für uns auf. Der ist schlecht, ich bin noch im Reload, die nächsten 30 Sekunden. Was macht der Bulldog? Macht der Jugo-Action oder? Ja, wahrscheinlich wohl. Oh! Habe ich den Super Pershing, wo er mal 1000 Einheit gemacht hat? Ja, das ist doch mal, äh... Schon ganz ficky, ne? Ich-B ι, hö-h... Ja! Aha, gegay-ja... Aha, 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 aha. Häe, das war jetzt mal eine scheiß Runde. Ach, nö. sooo ach guck mal was macht ne Kerbe von 81 oh Gott was wir gar nicht am Strand machen warte warte zack weg mit dem Dingern krasser Scheiß ne, 80% Crew mit 1 Minute Reload und so einem Spangenrichtbereich die Artie trifft aber alle anderen vorher nix und dann also ich komme nicht an die ES-6 dran, wie kommst du da ran, Max? die müssen noch ein Stück weiter nix von anderen Wilde treffen können so wie sie jetzt die Scheiß Objekte angeht ne gut ne gut ging schon, ging schon, ging schon, ging schon die Runde ja, ja also dafür dass ich da sonst nicht so frei geriss mit der Artie ich habe eine Überlegenheit abzweichen, zwuter Klasse ich auch mit dem Blacky hat der Pershing weggeholt, ne? mh ja du hast den Pershing also du hast Bleche gerecht quasi ja sehr gut sehr gut sehr schön Mensch, Flugplatz, das hat man auch schon lange nicht mehr, ne? Schöne Map, schöne Map. Hm. Hm. Neue Map? Mhm. Andere Seite. Oh. Ah. Jagdponfer. Hm. Warum nennt man sich Jagdponfer? Äh, weil man sich auch Zeitauspuff nennen könnte. Ja, nun muss ich auch schon lesen. Los geht's! Kommst du da auch hoch, oder was? Ne. Kommt mir eh nicht hoch. Verschieben? Ja, da muss man da auch so hoch, so, Solo hochkommen. Kommt mir. Klingt wahrscheinlich schon wieder zu steil. Ich stoppe auch. Ach komm, ist egal. Bleiben wir hinten halt. Halt. Kommt mir. Ach komm, wie säg? Ja. Ach komm. Bleiben wir dort. Lass uns auf... ...lass uns auf, was heißt es... ...läass uns auf, was gibt es nicht so hoch, oder? Amo? Ein O. Ja, ja. Ich habe ihn noch gerade im Reload. Ich habe ihn getroffen. Und er brennt. Sehr gut. Wir kennen ihn auch getroffen. Hast du ihn schon geschossen? Nein, ich habe noch nicht geschossen. Ich habe noch 7, 6, 5. Stehen. Ja, wenn er da stehen bleibt, treffe ich ihn auch. Ich habe noch mal zurück. Ich habe noch mal zurück. Ich habe noch mal zurück. Und weg. Wie zum Geier kann man den Stein daneben treffen, anstatt dem Panzer. Geil. Also ehrlich. Oh. Wer war das denn jetzt? Sorry. Entschuldigung. Ich würde dann gleich auf den T-34-85 gehen, beziehungsweise sie könnten eigentlich immer oben was äh äh äh. Ja, da aim ich dann hin hier mein. Okay. Also nach oben. Der T-34-85 schnauert hier ab. Tja. Ich gucke auch hier ein Superflashy-Kriegel. Sehr, sehr. Oder ES-3, wenn sie da jetzt einigermaßen stehen bleiben. Ich bin jetzt gleich mal ein Stück zurück. Oh. Ich hab die Tür ab nicht hingekommen. Sehr gut. Sehr gut. Superflashy-Kriegel, bitte zurück die Base. Ja, drei. Ich hab noch kompliziert hier. So, ich hab sie das schon mal. An die ES-3 komm ich jetzt nicht mehr dran, bevor sie in der Base steht. Nein. Ich hab auch noch. Dicker Max macht gleich den Superpassions auf. Stehen da an Reihen teil, ne? Ja, der Schacht. ES-3 ist weg. Es geht nicht. Es geht nicht. Echt nicht. doch hat ein Idiot die sind aber echt sehr gewöhnungsbewusst aber nicht unter dem Panzer das war die Scheiße aber zum entspannen so eine Art die Runde ganz schön muss ich nicht bewegen einfach nur auf die Ziele so ungefähr zielen das reicht schon wie ich gerade festgestellt habe richtig voll einem lohnt sich gar nicht du schießt so oder so daneben oder triffst siebenhundert Schaden mit einer sieben Arti oh mein Gott 1.3 Mal äh 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 warte mal wie für die Mannschaft ne da müsste ich die Mannschaft umbauen ach nehmen wir erstmal die Galerie gucken wir mal oh 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 hm nicht, nicht, nicht nicht hm dann machen wir heute mal eine kurze Folge ne dann machen wir nochmal einfach hier nach nach hier nach so fertig ja machen wir ja ja würde ich vorschlagen machen wir wohl Ferdinand Hetter alles da was ist da Luke abwecken kann sein doch hm also falls mich einer sucht ich bin dann mal hin ne hm hm die sieht echt schon extrem hässlich aus meine Gelehrer, ne hm ja hat die gleiche Kanone wie die S51 hm 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 wohin hier ein Bus ja ein Bus oh gibst du da den Bus ich geh in den hier ich geh in den hier na wohin du da rein? ja dann geh hier rein ich geh in den nächsten ne ich geh einen nach vorne Ich bin ja sonst reingeworfen, das würde ich... Ne, nimm den ruhig. Kann man hergehen. Hmm, wohin aim ich denn mal? Ich glaub hier wär ganz gut. Aufm Berg. Was, was, was genau war der jetzt mit dem Ooni? Unsere Ooni failed. Ja, halt einfach von weg, ne? Ja, das ist halt ein bisschen draufgegangen, würde ich sagen. Die erste Ooni 22. Wahrscheinlich ist er nach vorne gefahren, wie doof. Kann man das mit dem Ooni? Ja. In so großer Zeit? Oh, die haben drei fette Jäger, ne? Wenn die da drauf pfeffern. Und das ist der zweite von uns tot. Jo. Ich glaub, das wird ne 0,15 Runde. Ja, wenn man sich so die Verteilung anschaut, auf jeden Fall. Ist schon stark. Solange wir ihn damage machen, ist ja alles in Ordnung. Jo. Oh, A43. Ja. Auf jeden Fall, idiot. Auf jeden Fall, gehen wir los. Ähm, das ist der nächste Kurs. Auf jeden Fall, wenn wir mal auf dem Bergheim, dann fahren wir weiter... T28 HAT-EC Er macht den Challenger splash der mit ftw leichte dazu hast du komplett rausgehauen war nur noch 300 sie wer geht an der befreundet keine ahnung ja kann sein Hm. Das ist doch eine Rotze. Komplett eingeaimt. Der Schuss fliegt natürlich vorbei. Na toll. Das Auge ist weg. Puh. Happy Volk. 5 zu 8 schon wieder. Was machen die denn da oben am Berg? Nix. Keine Ahnung. Da ist ja niemand. Der soll jetzt mal die Sue aufmachen. Ja, ich ämne auch schon die ganze Zeit rein. Du musst hier ja neu einaimen. Der Ding wäre zu weit vorgefahren. Das ist eine Kacke. Oh Gott, Mann. Boah, jetzt nicht aimen ab dafür. Pass auf, jetzt wird ein Lucky nicht shot. Ja, war klar. War ja schon ganz schön knapp. Ich war natürlich komplett eingeaimt und schief wieder oben rüber. Und Tiger 1. Ja, mich hat immer schön die Gegner-Arte weggehauen. Dann wäre ich glaube ich auch lecker rein. Oh, das ist doch abschuldige Verarsche hier in diesem Scheißspiel. Du bist verstellt. Wir sitzen fest. Leggy, wenn du den kommen willst. Hm, laden auch. Was für Affen wieder. Sehr gewöhnungsbedürftige Runde, muss ich ja schon sagen. Affen mit Scheife über die Runde. Ich hab glaube ich nur einmal getroffen von den 5 oder 6 Schüssen. Ja, aber zum, 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 zum runterkommen und entspannen, also zum aufregen ist das doch gar nicht mehr so schlecht. So ein paar Runden hat hier am Abend 204 Erfahrungspunkte. Oh mein Gott. Von 5 Schüssen hab ich, schissen, hab ich einmal getroffen. Oh, ich hab genau zweimal geschossen. Krass. Bei mir ist WOT hängen geblieben, ich sehe nichts. Ist egal, wir leiten hier sowieso das, äh, Ende ein. Ja meine Freunde, dann würde ich sagen, ähm, hat Spaß gemacht, also hat nicht Spaß gemacht, weil es ja artig war, aber, äh, trotzdem hat es Spaß gemacht. Ja, hier mal wieder ein bisschen mit Artig durch die Gegend zu fahren. War gemütlich. Ja, jo, jo, kann man ruhig mal machen, so ne, Abend so kurz vorm Pennen gehen, kann man so mal schön ründchen, ähm, Artig noch. Dass man schläfrig wird. Ja, dass man schläfrig wird, wenn man sich denkt, boah, warum trifft das Scheißding nicht. Naja, gut, das machen wir mal. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ähm, danke fürs Zuschauen, fürs Zuberein sein und so weiter und so fort. Und, äh, wir sehen uns kurzerhand in der nächsten Folge wieder. Jo. Tschüss. So, bis dahin, äh, schösing. Tschüss. Äh, äh, sieh, sieh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017